Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Schwangerschaftsupdate zur 16. Schwangerschaftswoche. Und ja, was gibt's Neues? Ich war bei meiner Hebamme und ich war beim Gefäßchirurgen und habe mit beiden so ein bisschen was besprochen im Hinblick auf meine Krampfader. Die ist natürlich nach wie vor da. Durch die erneute Schwangerschaft und da ich ja auch immer noch stille und auch bis zur Schwangerschaft natürlich vollgestillt habe, hatte mein Hormonhaushalt natürlich jetzt gar nicht so die Chance, sich wieder umzustellen und quasi zu normalisieren. Und ja, deswegen ist sie immer noch da. Ich trage immer noch Kompressionsstrümpfe und ja, werde die wahrscheinlich auch bis Mitte, Ende nächsten Jahres nicht loswerden. Ich hoffe aber und habe auch wirklich die Hoffnung, dass es sich danach wieder normalisiert, wenn ich dann nach der nächsten Geburt irgendwann, wenn das Stillen dann einfach weniger wird, was natürlich dauern wird. Also das, da mache ich mir keine Hoffnungen, beziehungsweise es ist ja auch schön zu stillen, ich stille ja auch gerne und ich habe auch nicht vor, irgendwie nach sechs oder zwölf Monaten abzustillen. Also da habe ich noch nie irgendwie eine Grenze gesetzt, sondern habe gesagt, das Baby und ich, wir gucken halt dann immer. Genau. Und ja, ich war bei einem Kontrolltermin bei meinem Gefäßchirurgen und ja, er hat geguckt. Es war soweit alles okay, auch die tiefen Venen, alles gut durchblutet, hat er gesagt. Und ich habe dann aber auch aktiv angesprochen, dass ich halt nach den letzten beiden Geburten wirklich Probleme hatte mit den Entzündungen. Ich war ja auch jedes Mal dort, das heißt, das kann er ja auch nachgucken und habe dann gefragt, was man machen kann, damit ich nach dieser Geburt nicht wieder kurz nach der Geburt, 24 Stunden später oder vielleicht noch eher einfach beim Gefäßchirurgen lande und mir dort dann wieder ein Rezept für Thrombosespritzen, also für Blutverdöner holen muss. Und ja, meine Idee, die ich hatte, was er vielleicht vorschlagen könnte, war halt, dass ich im Vorhinein schon ein Rezept bekomme und dass ich dann einfach ab der Geburt 10 Tage oder 14 Tage dann Blutverdünner spritze. Und mein Gefäßchirurg hat dann aber gesagt, wir machen das noch ein bisschen anders. Und ja, er hat gesagt, dass er gerne schon sechs, nee, nicht sechs Wochen, vier Wochen vor der Geburt anfangen möchte und dass ich dann halt Blutverdünner spritze bis sechs Wochen nach der Geburt. Und was mir auch wichtig war, ich habe gesagt, ich möchte gerne einen Termin haben nochmal in den letzten Schwangerschaftswochen einfach drei, vier, fünf Wochen vor dem errechneten Termin, um einfach nochmal einen Ultraschall zu haben, um einfach nochmal für mich auch zu wissen, alles ist in Ordnung. Das hatte ich ja in der letzten Schwangerschaft, dass ich da auch in der 38. Woche, glaube ich, dass ich da nochmal recht überstürzt da war, weil meine Hebamme mich hingeschickt hat, weil sie einfach gesagt hat, dein Bein ist gerötet, dein Bein ist warm, lass das bitte abklären. Und jetzt habe ich schon mal vorsorglichen Termin gemacht, das heißt, ich muss dann nicht noch zu irgendeinem anderen Arzt rennen, zum Frauenarzt oder Hausarzt, um mir eine Überweisung zu holen, weil es was Akutes ist, sondern ich habe jetzt einen Termin und kann dann dorthin gehen und kann mir einfach nochmal die Sicherheit abholen und kann dann auch direkt mein Rezept abholen. Mein erster Gedanke war allerdings, als der Gefäßchirurg gesagt hat, dann fängst du vier Wochen vor der Geburt mit den Thrombosespritzen an, war, oh Gott, nicht, dass meine Hausgeburt jetzt damit ins Wasser fällt, umkippt, wie auch immer und habe schon gedacht, oh Gott, nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwie mit dem verhandeln muss und habe dann das mit meiner Hebamme besprochen. Ich habe erstmal gedacht, okay, gut, gucken wir einfach mal, man kann ja immer noch dann beim nächsten Termin einfach mit dem Gefäßchirurgen nochmal reden. Meine Hebamme hat aber gesagt, das ist grundsätzlich kein Problem. Sie hätten einige Frauen, die zum Beispiel viele Fehlgeburten vorher hatten vor der Schwangerschaft, in der sie jetzt im Geburtshaus betreut werden und die würden dann auch teilweise Blutverdünner spritzen. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ich vier Wochen vor der Geburt anfange, aber eine Woche vor der Geburt den Blutverdünner dann erstmal wieder absetze. Meine Kinder sind alle in der 40. Schwangerschaftswoche geboren worden und deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass es diesmal auch so der Fall ist und ja, dann machen wir das so und direkt nach der Geburt, bevor meine Hebammen mich dann quasi verlassen, werden sie mir dann auch den Blutverdünner spritzen und dann machen wir das halt täglich. Genau, und dann hoffe ich einfach, dass dieser Faktor, dieser Störfaktor, dieser Risikofaktor damit wegfällt und dass da nichts passiert, dass der Körper gut auf den Blutverdünner dann quasi reagiert und dass ich da nicht in den ersten Tagen nach der Geburt mich aufraffen muss und irgendwo hinfahren muss. Genau. Ja. Sonst war bei der Vorsorge im Geburtshaus auch alles super. Mein Blutdruck war gut, da war ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Es war nichts nachzuweisen im Urin, meine Hebammen hat gefragt, ob ich den Stick unter Wasser gehalten habe und ja, die Herztöne waren auch super, die waren auch zu finden. Sie musste ein bisschen suchen, klar, das Baby ist noch nicht so groß und kann sich dann auch aus dem Staub machen, aber auch die Herztöne haben wir gefunden. Wir hatten es schon mal tatsächlich in der zehnten Woche versucht. Da hat sie aber gesagt, die Chancen sind 50-50 und diesmal in der sechzehnten Woche war das aber natürlich kein Problem und ja, das war auch sehr, sehr schön. Genau. Den nächsten Termin habe ich jetzt in vier Wochen und da schauen wir einfach mal, wie es da so läuft, aber ich denke, dass da auch alles in Ordnung sein wird. Also mein Bauchgefühl ist da im Moment ganz gut. Genau. Ja, kommen wir zum heutigen Thema. Es war mal unter irgendeinem Video die Frage, du Marie, kannst du nicht mal erzählen, was man so einplanen sollte auch an Budget für eine Schwangerschaft und auch quasi für die Geburt? Auch Thema Hausgeburt oder Beleggeburt und da habe ich mir jetzt mal ein bisschen Gedanken gemacht und würde euch gerne so einen kleinen Überblick geben, was ihr da so einfach einrechnen solltet. Ihr könnt selber gerne so ein bisschen mitrechnen, während ich erzähle und werdet dann, glaube ich, eine ganz gute Idee davon haben. Das Erste, was man braucht, sind Schwangerschaftsklamotten. Jetzt nicht unbedingt sonderlich viel, also solche Jacken zum Beispiel, das ist jetzt keine Schwangerschaftsmode, da muss man sich nicht komplett neu eindecken, aber was natürlich schon schön gemütlich ist, sind irgendwann Umstandshosen. Die haben nicht mehr den Knopf und den Reißverschluss, die haben einfach dann dieses, was hier oben sitzt, ne, das, was dem Bauch dann, dem Bauch noch so ein bisschen Halt gibt, was sehr angenehm ist oder halt auch Leggings. Wenn man die jetzt zum Beispiel bei H&M kauft, liegt so eine Jeans bei 30 bis 40 Euro. Man kann natürlich auch 50 dafür ausgeben, aber so ab 30 Euro kriegt man so eine neue Jeans und die Leggings kriegt man im Zweierpack für 20 Euro. Da kann man dann natürlich auch überlegen, je nachdem, wie viel man dafür jetzt ausgeben möchte oder nicht, ob man eine Kombi macht, ob man sich zwei Leggings holt, erstmal nur eine Jeans oder zwei Jeans, zwei Leggings. Man sollte halt auf jeden Fall immer gucken, dass man was zum Wechseln und in Reserve hat. Sollte jetzt mal irgendwie etwas daneben gehen beim Essen oder wie auch immer, dass man dann eine neue Hose braucht und die andere hängt vielleicht gerade noch auf der Wäscheleine. Genau, dann kann man überlegen, kaufe ich mir Umstandshirts. Diese hier, die sind hier so gerafft an der Seite, finde ich eigentlich ganz angenehm, weil sie dann auch, je nachdem wie groß der Bauch wird, weil sie dann unten einfach nicht zu kurz werden. Also ich habe gerne noch Tops drunter, die einfach noch ein bisschen länger sind. Das heißt also, man würde jetzt nicht irgendwie das Ende von der Hose sehen und den Anfang von diesem schwarzen Stoff, der da dran ist. Aber ich finde es trotzdem ganz praktisch, dass die Shirts einfach dann ein bisschen länger sind. Das hier sind ganz einfache Shirts, die sind auch von H&M, natürlich selbst bezahlt. Ich glaube zwei Stück 15 oder 20 Euro. Gibt es auch als T-Shirt, kostet ungefähr genauso viel. Muss dann jeder für sich selber irgendwie überlegen, wie viel brauche ich davon, wie oft wasche ich und wie schnell trocknet das. Packe ich das in den Trockner, trockne ich das auf der Leine? Dann hat man so einen groben Überblick, was brauche ich? Was man auch noch kaufen kann, sind BHs. Die Oberweite wächst sowieso in der Schwangerschaft und dann kann man überlegen, bevor man jetzt irgendwie da auch noch in BHs quasi investiert, kann man auch direkt Still-BHs kaufen. Die sind gemütlich, die stören auch nicht. Das Einzige, was sie anders haben, ist, dass man sie hier oben aufmachen kann. Das heißt, man kann da auch direkt dann Still-BHs kaufen. Dann sollte man immer gucken, dass man die auch nicht zu klein kauft. Also man kriegt jetzt nicht fünf Körbchengrößen größer, aber vielleicht so zwei oder drei. Dann kann es eventuell sein, dass man wirklich dann am Ende doch nochmal Still-BHs kaufen muss. Aber ja, wenn man da jetzt ein kleines bisschen wartet und dann welche kauft, die vielleicht einen ganz kleinen Ticken zu groß und dann kommt man eventuell auch ganz gut damit hin. Und da kosten die im Zweierpack, ich meine 25 Euro ungefähr. Es kommt natürlich dann auch hier wieder drauf an, wo man die kauft. Da muss man vielleicht auch so ein bisschen Preise vergleichen. Aber ja, so um die 25 Euro für zwei Stück. Und dann ist einem natürlich überlassen, wie viele brauche ich oder brauche ich jetzt vielleicht wirklich nochmal eine Nummer größer. Aber dann braucht man auf jeden Fall nicht in der Schwangerschaft neue BHs und nach der Geburt nochmal neue BHs. Dann kann man die Still-BHs dort einfach weiter nutzen bis zum Ende der Stillzeit. Und theoretisch, wenn sie gut sind und es einen nicht stört, könnte man sie sogar noch länger tragen. Unterhosen braucht man in der Regel keine neuen, Socken auch nicht. Und wie gesagt, solche Jäckchen zum Drüberziehen auch nicht. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man dann irgendwie so Schichten trägt, dass man sagt, ich kaufe mir wirklich nur so dünne Shirts oder T-Shirts, die sind nicht so teuer. Und kombiniere das mit Klamotten, die nicht speziell für die Schwangerschaft sind, kann man auch machen. Was man noch überlegen könnte, wenn man jetzt wirklich im Winter hochschwanger ist, ob man sich noch eine andere Jacke kauft. Es gibt so Jacken, die sind für Schwangerschaft und Tragezeit. Da kann man auch direkt das Baby mit einpacken oder man kauft sich so Einsätze. Da muss man immer gucken. Ich habe damals in der zweiten Schwangerschaft, habe ich einen Hersteller gefunden, der wirklich jackenspezifisch solche Einsätze gemacht hat. Ich habe dann rausgesucht, welche Jacke ich habe und habe dann ganz speziell für diese Jacke auch die richtige Länge quasi dann auch bestellt. Und das hat man dann auf der einen Seite festgemacht und dann war das mit dran an der Jacke und hat auf der anderen Seite dann ganz normal den Reißverschluss zugemacht. Und dann konnte ich die Kleine auch dann in der Trage mit in der Jacke drin haben. Also das fand ich für den Winter sehr, sehr praktisch. Man kann sich aber auch überlegen, habe ich irgendwo im Verwandten oder Freundeskreis jemand, der vielleicht wirklich auch so zwei Nummern mehr trägt als ich oder eine? Und dann schaut man, ob man sich da vielleicht vorübergehend eine Jacke einfach leiht. Genau. Und all das, was ich gerade erwähnt habe, kann man natürlich immer schauen, werde ich bei Ebay Kleinanzeigen oder in irgendwelchen Trödelgruppen bei Facebook. Oder es gibt auch diverse Apps, Trödelmarkt-Apps, ob man da irgendwie fündig wird, dass man das ein oder andere Teil dort kauft, dass man so eine Kombination macht oder dass man nur gebrauchte Sachen kauft. Da muss man immer selber gucken, was möchte ich gebraucht haben, was möchte ich aber vielleicht lieber neu haben. Und natürlich auch, kaufe ich eventuell eine Hose auf Risiko, weil ich gar nicht weiß, ob ich vielleicht von der Beinlänge her in die Hose passe oder vom Umfang von der Wade oder Oberschenkel. Dass man dann sagt, okay, bevor ich vielleicht dann fünf Euro dort versemmel und die Hose dann auch nicht zurückschicken kann, wie zum Beispiel, wenn ich bei H&M oder C&A oder Zara oder wo auch immer online bestelle, dann lasse ich das lieber und kaufe das irgendwo, wo ich es dann auch zur Not wieder zurückschicken kann. Da kann man dann auch überlegen, wie passt das am besten. Oder habe ich vielleicht eine Freundin, von der ich irgendwas übernehmen kann oder eine Bekannte oder eine Verwandte. Da kann man dann natürlich auch gucken. Und dann kann man hier das Budget so ein kleines bisschen in Grenzen halten und so ein bisschen noch runterdrücken. Genau, dann wäre als nächstes die Überlegung, wie sieht es aus? Möchte ich Kurse machen in der Schwangerschaft? Möchte ich Schwangerschaftsgymnastik machen? Möchte ich Wassergymnastik in der Schwangerschaft machen? Möchte ich vielleicht einen Yoga-Kurs machen? Das sollte man auch immer bedenken. Wenn man da so einen Live-Kurs macht, es kommt immer darauf an, wo man wohnt. Ich würde mal sagen, so zwischen 8 und tatsächlich 14 Euro pro Stunde. Je nachdem, vielleicht auch wenn man zum Beispiel eine 10er-Karte kauft, ist es günstiger. Oder wenn man einen abgeschlossenen Kurs macht, ist es günstiger als ein offener Kurs. Da sollte man dann immer so ein bisschen gucken, sich vorher informieren und auch bedenken. Vielleicht, wenn ich schon relativ früh anfange, das ist ein Kurs, der hat 8 Termine, vielleicht hänge ich nochmal einen Kurs dran. Das heißt, ich habe nicht nur diese einmalige Investition, sondern ich habe direkt die doppelte Investition. Das sollte man natürlich dann immer im Blick haben. Es hat aber natürlich auch Vorteile, wenn ich so einen Live-Kurs mache. Ich habe eine Trainerin, die ist da, die beobachtet mich zwischendurch, die korrigiert mich. Die passt auf, dass ich mich nicht übernehme. Die fordert mich aber vielleicht auch ein bisschen und ich habe mich da angemeldet. Das heißt, ich habe was bezahlt, ich bin auch motivierter, jede Woche hinzugehen. Und ich kann natürlich auch mit Mamas, werdenden Mamas aus der Umgebung Kontakte einfach knüpfen. Und vielleicht auch schon im Hinblick auf nach die Geburt, dass man sich da mal trifft oder dass man zusammen vielleicht dort die Krabbelgruppe macht, wo man jetzt den Kurs macht. Dass man sich austauscht, dass man zusammen mal spazieren geht. Dass man halt einfach nicht so alleine ist. Das sind die Vorteile natürlich im Gegensatz zu, wenn ich jetzt schaue, das geht natürlich auch, finde ich Videos auf YouTube. Yoga-Videos, Schwangerschafts-Gymnastik-Videos gibt es natürlich alles. Da muss man natürlich ein bisschen suchen, sich das passend raussuchen und sich auch natürlich immer selber motivieren, das zu machen. Und man ist dann auch alleine. Oder man sagt, ich gehe ins Schwimmbad für anderthalb oder zwei Stunden, mache da für mich so ein paar Bahnen oder was auch immer. Gucke da vielleicht auch im Internet, ob es da irgendwelche Tutorial-Videos gibt, die ich mir im Vorhinein angucke und mir dann überlege, was ich machen könnte. Das geht natürlich auch. Da kann man dann auch hier das Budget so ein kleines bisschen runterschrauben und ja, einfach minimieren. Genau. Was haben wir noch? Die Geburt an sich. Das ist natürlich auch nochmal eventuell ein Kostenpunkt. Da kommt es immer so ein bisschen drauf an, mache ich quasi die klassische Geburt im Krankenhaus. Da habe ich so an sich keine Kosten. Es sei denn, ich möchte gerne ein Familienzimmer haben. Und dann ist es in der Regel so, dass der Partner dann natürlich einfach auch, wenn der da zwei, drei Nächte übernachtet, dass der natürlich was zahlen muss. Das muss man selber bezahlen. Sonst für Mama und Kind zahlt die Krankenkasse das komplett. Da hat man auch nicht diese zehn Euro pro Nacht. Das zahlt wirklich alles die Krankenkasse. Dann gibt es noch die Möglichkeit, man kann auch bei einer Krankenhausgeburt natürlich noch ein bisschen mehr Geld ausgeben, wenn man jetzt eine Beleghebamme gefunden hat. Und die nimmt eine Rufbereitschaft. Die ist rufbereit, so wie bei einer Hausgeburt oder Geburtshausgeburt. Drei Wochen vor dem errechneten Termin geht es meistens los, bis zwei Wochen nach dem errechneten Termin. Dies ist dann wirklich eure Hebamme. Die kommt mit euch, zu euch ins Krankenhaus. Vorher vielleicht auch kurz nach Hause. Checkt, ist es schon notwendig, ins Krankenhaus zu fahren? Und die ist dann auch die ganze Zeit bei euch. Deswegen die Rufbereitschaftspauschale. Die variiert sehr stark. Manchmal ist es so, dass die Krankenhäuser einen Teil der Rufbereitschaftspauschale übernehmen. Das kann sein. Dann ist sie vielleicht nicht ganz so hoch. Aber man muss schon damit rechnen. Also wie gesagt, es variiert sehr, sehr stark. Aber irgendwas zwischen 300 und 1000 Euro. Also das schon. Und es kann aber auch sein, dass eure Krankenkasse einen Teil davon erstattet. Also manche Krankenkassen sagen, wir zahlen irgendwie 50 Prozent. Es gibt einige wenige, da müsste man nochmal nachforschen. Das ändert sich auch immer wieder. Es gibt tatsächlich einige wenige Krankenkassen, die sagen, egal wie hoch die Summe ist, wir zahlen das komplett. Und es gibt welche, die sagen 250 Euro oder 300 oder 350, wenn man die Rechnung eingereicht hat. Also hier ist es meistens so oder eigentlich immer, dass man in Vorkasse gehen muss. Dass man das Geld auch quasi erstmal haben muss. Ist wie gesagt auch bei einer Geburtshausgeburt so und bei einer Hausgeburt genau dieselben Spielregeln. Drei Wochen vorher, zwei Wochen nachher. Rund um die Uhr. Rufbereit. Die kommen zu euch nach Hause. Ihr fahrt ins Geburtshaus. Und ihr habt dann eine 1 zu 1 Betreuung. Meistens sogar eine 1 zu 2. Also dass ihr zwei Hebammen da habt. Zumindest auch gegen Ende der Geburt. Genau und das sollte man dann auch einplanen. Dann kann es sein, dass man einen Geburtsvorbereitungskurs machen möchte im Hinblick auf die Geburt. Da gibt es den klassischen. Der wird von einer Hebamme geleitet. Die Hebamme kann den Kurs mit der Krankenkasse verrechnen. Für euch als Mama, für den Papa nicht. Da ist es meistens so, dass es einen Partneranteil gibt. Auch der variiert. Ich habe schon gehört 50 Euro. Ich habe schon gehört 120 oder 130 Euro. Auch da ist die Spanne relativ groß. Und hier kommt es auch so ein bisschen auf die Krankenkasse vom Partner an. Zahlt die Krankenkasse einen Teil oder zahlt sie es komplett oder zahlt sie es vielleicht auch gar nicht? Habe ich auch schon erlebt. Da sollte man auch, wenn dann vorher bei der Krankenkasse einfach nachfragen, dann kann man das einfach auch mit einberechnen. Genau. Und was gibt es noch? Vielleicht noch zur Hausgeburt. Wenn man jetzt eine Wassergeburt haben möchte, dass man da eventuell noch einen Geburtspool leihen oder kaufen muss. Da gibt es auch eine Low-Budget-Variante und quasi die teure. Es gibt diese richtigen Geburtspools. Man braucht dann immer eine Plane. Oder es gibt auch zum Beispiel bei Amazon gibt es so etwas größere Kinderplanschbecken. Die sind auch gut gepolstert. Das wäre dann eine etwas günstigere Alternative. Man braucht meistens noch aus dem Baumarkt einen Schlauch, dass man den Pool dann auch befüllen kann. Und das heißt, hier kommen dann einfach auch noch so ein paar Investitionen auf einen zu. Aber das sind so die groben Sachen, mit denen man rechnen sollte einfach in der Schwangerschaft, die man investieren muss. Es kommen dann natürlich noch so ein paar Dinge hinzu. Sachen fürs Baby, Sachen für die Mama. Aber das war jetzt erstmal so grob Schwangerschaft und ja, diese Basic-Geburtssachen. Genau, also wenn ihr euch das wünscht, kann ich euch auch gerne nochmal ein Video machen, wo ich euch nochmal einen groben Überblick gebe, was ich quasi für die Hausgeburt gekauft habe. Das habe ich euch auch in der letzten Schwangerschaft schon gezeigt. Ich denke, es wird diesmal tatsächlich ein ganz kleines bisschen auch anders ausfallen. Ich habe mir da schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was ich diesmal vielleicht noch brauchen könnte, was ich nicht brauchen könnte. Und dann kann ich euch auch da gerne mal so eine grobe Aufstellung machen, was ich da nochmal an Geld ausgegeben habe. Und auch wenn euch das interessiert, fürs Baby, vielleicht so ein bisschen also die Grundausstattung, so an Kleidung, dann würde ich euch zeigen, was ich gekauft habe und ja, was ich da fürs Baby bereit habe und wie ich es dann auch mit gebrauchten Sachen von den Geschwistern kombiniere. Genau. Ja, vielleicht noch ganz, ganz kurz zum Hypnobirthing. Nach wie vor bin ich noch nicht so streng mit mir und höre die Regenbogenentspannung vielleicht so zwei-, dreimal die Woche. Aber ja, ich weiß, dass ich da noch ein bisschen Zeit habe und ja, dass ich das ja auch alles schon mal gemacht habe. Und ich denke, das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Man kommt da wieder rein. Und ja, da werde ich aber gucken, dass ich jetzt wirklich so in den nächsten drei, vier, fünf Wochen das Tempo so ein bisschen anziehe. Was ich regelmäßig definitiv mache, ist die Atmung. Wenn ich die Großen ins Bett bringe, wenn ich nachts wach werde, manchmal dann noch mal, wenn ich mich zu der kleinen Abends ins Bett lege. Also das heißt, da habe ich schon ganz, ganz viele Trigger, die mir sagen, komm, mach jetzt mal die Atmung jetzt. Hast du mal zwei, drei Minuten, mach die mal. Bei der Regenbogenentspannung ist es auch noch so ein bisschen so, die Josephine ist abends noch sehr, sehr unruhig und reagiert sehr, sehr schnell auf Geräusche, auch wenn ich mich hinlege. Das heißt, da überlege ich mir immer zwei- oder dreimal, lege ich mich jetzt hin und kann quasi direkt entspannen und einschlafen. Aber mit der Gefahr, dass sie wach wird und ich dann gar nichts davon machen kann oder lege ich mich einfach hin und schlafe. Genau. Aber da habe ich auch einfach so ein bisschen das Vertrauen, dass sich das in den nächsten Wochen auch wieder zum Positiven mehr wenden wird. Also es geht schon wieder ins Positive. Und ja, dass ich dann einfach da auch wieder regelmäßig die Regenbogenentspannung hören kann und entspannen kann. Genau. Ja, soviel zu diesem Schwangerschaftsupdate, 16. Schwangerschaftswoche. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr gerne irgendwas teilen möchtet von euren eigenen Erfahrungen, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video noch ganz schnell einen Like gebt. Das kostet euch allerhöchstens fünf Sekunden. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch sehr, sehr gerne den Kanal. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Eure Marie.